So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video und ich habe hier noch was zum Abschied von Merkel, was ganz Tolles für euch. Zitat von Peter Altmaier. Sie hat das geschafft, also bezogen auf Merkel tatsächlich, sie hat es geschafft, dass man Deutschland liebt. Hat der Mann hier tatsächlich gesagt und wir müssen das von zwei Seiten betrachten. Erstmal von der Seite, die nicht Nutznießer dieses Systems hier in Deutschland sind, sondern die, die einzahlen. Und das sind nunmehr nur noch circa 15 Millionen Nettosteuerzahler in Deutschland. Die ganze Party hier für circa 67, 68 Millionen am Laufen halten. Ich bin nicht so begeistert von der Merkel. Ihr könnt ja eure Meinung mal unten reinschreiben, aber so Revue passieren lassen die 16 Jahre zuvor. Die waren nicht einfach, die sind nicht einfach und die Zukunft wird sehr, sehr schwierig für uns alle aussehen. Darüber muss man zum Klaren sein. Aber wenn man natürlich ein Nutznießer dieses Systems hier in Deutschland ist, dann kann man natürlich sagen, ja klar. Ich liebe Deutschland, ich nehme da alles mit und mir geht es dann gut, klar. Aber dann auch ganz interessant hier der Artikel. Hohes Ansehen dürftige Erfolge. Eine Analyse von Bildparlamentskorrespondent Ralf Schuler. Und ich bin ein kleiner Fan von Ralf Schuler. Der schreibt nämlich ganz gute Artikel, wie ich finde. Und er fasst das hier ganz gut zusammen in ihrer ersten Kanzlerrede zur Einheit. Das war im Jahr 2006, beklagt Angela Merkel, wie sehr sich in Deutschland das Leben von der Substanz eingeschlichen habe. Mit Staatsverschuldung, Selbstzufriedenheit, Lobbyunwesen und Förderismusblockaden verbrauche die Nation ihre Zukunft. Energie. Schönes Stichwort. Meine Worte. Schönes Stichwort hier bei Energie ist zum Beispiel, wo stehen wir denn da mit der aktuellen Energiesituation in Deutschland? Man hat 2011 einen großen, großen Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Hat einfach gesagt, man geht raus nach dieser Fukushima-Katastrophe. Weiß ich noch ganz genau, wie das auch in der Presse war. Weil ich da nämlich zu dem Zeitpunkt dann rübergegangen bin. Kurz ein paar Wochen danach auch nach New York City für mein Auslandsstudium. Da war das auch schon relativ groß in der Presse. Aber da ist keine Hysterie entstanden oder ähnliches. Die gab es nur hier in Deutschland. Das war ganz interessant für mich auch zu sehen. Und was hat man gesagt? Man hat ganz plötzlich vom Ausstieg aus der Kernenergie gesprochen. Also Merkel speziell. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wo wir heute dastehen. Wir haben ein Stromnetz, das nicht dafür ausgelegt ist, für die Bevölkerung in Deutschland. Und das wird in den nächsten Jahren nur noch schlimmer. Warum? Weil man ja fördert, dass wir mehr Energie benötigen. So zum Beispiel Elektroautos. Ganz immens. Also man hat keine Lösung einfach dafür. Finanzkrise führt der Herr Schuler hier auch noch auf. 2008. Man hätte damals 2008, 2009, Lehman Brothers Krise haben das Ganze ausgelöst. Danach wurde es ja zur Wirtschaftskrise. Man hätte zu diesem Zeitpunkt ganz klar hingehen müssen, die Banken pleite gehen lassen müssen. Man hätte sie nicht retten dürfen. Weil seitdem, guckt euch seitdem unsere Inflationsrate an. Guckt euch seitdem unseren Leitzins an. Wir sind die, die betrogen wurden. Gerade maßgeblich wir hier in Deutschland. So, dass es wirklich richtig schwer ist, eine Vorsorge, Altersvorsorge und ähnliches für sich komplett aufzubauen. Aber jetzt würde ich sagen, schreibt ihr doch mal rein in die Kommentare, was haltet ihr von Merkel? Revue passieren lassen ihre letzten 16 Jahre. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen und ciao. Bis zum nächsten Mal.